Und die Ursula ist auch neu dazu. Ja. Alter. Das erfreut dich doch. Na na na. Was ist das schön, eine komplette Challenge zu schaffen und die noch bei der Challenge. Also ich kann dir sagen, die nächste Challenge ist very easy. Da gibt es nur einen alten Sprung. Das ist ein einziger harter Sprung, aber das war es. Ja, das kriege ich bei meiner Nobigkeit heute nicht hin. Ja, du schaffst dann nochmal zu da. Oh, ihr habt mal den Sprung geschafft. Sorry, ich kann dir keinen Upload geben, weil das ist dann zu laut. Ich bin köter laut. Hm? Nein. In der Aufnahme. Wo muss ich jetzt hin? Ah, da. Okay. Boom. Alles klar. Ich würde die Hunde nicht schlagen. Warum meinst du so? Komm, aber die machen mir kein Damage, ne? Bist du Game Mode? Nein, ich bin im Dinges Modus. Guck selber nach. Toll, oder? Ja, vielleicht, weil du da stehst, ja, ja oben. Und lassen wir die Bombe platzen. Bam, Junge. Da wirst du sicher alle sammeln. Alter. Ich würde sagen, du gehst nicht mehr auf den Boden. Überlebsmodus. Komm, geh mal in den Überlebsmodus und guck, wie schnell die sich zerfleischen. Ja, bin ich dort gerade. Du bist gerade im Kreativmodus reingegangen. Da passiert nichts. Ja, jetzt geh mal da runter. Naja, im Arsch. Mal gucken, wie schnell die sich zerfleischen. Ja, okay, komm, dann testen wir das mal aus. Dann will ich überhaupt essen. Alter, wie viele da sind. Gar nichts. Die machen nichts. Lol. Schlag den doch mal. Das einzige Wort ist, ich seh nix mehr. Ach so. Okay. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Warte, worauf ich jetzt Bock habe? Aufgeben. Feuerzeug, Feuerzeug. Ach, brennt es jetzt nieder, oder was? Jetzt wird niedergebrannt. Schwarzpulver, ne? Aber kein TNT nutzen. Nein, nein. Gerade Schwarzpulver. Also, wo ist es denn jetzt? Feuerzeug ist bei einem Stock. Ah ja, genau. Ne. Bei der Axt. Bei der Axt. Ah, da, ja. Oberste Eure. Alter, das leckt schon. Mhm. Boah, ich will auch mitbrennen. Komm, fackel die ab. Die alten Huren. Und wer jetzt ankommt, dass wir Tierquäler frei... ...geht, vergraben. JAHU! Das Teil... ... das Tierquälen tun wir ständig. Ich warte mal nicht. Ja. Und ihr brennt, brennt. Alter, ich seh gar nix. Alter, da kriegt man ja Plätschernfälle. Und ihr brennt, brennt, brennt. Wie Hunde nun mal brennen. Brennen, brennen. Wie Hunde nun mal brennen. Brennen, brennen. Nimm mal ein Feuerzeug, weil ich es mag. Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag. Lass doch alle brennen. Lass doch alle schön brennen. Brennen, 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 brennen. Ich platz einfach auf jedem Block jetzt Feuer. Alter, das Sterbegeräusch. Oder... Ich hab dann versucht, alle Autos gestellt. Alter, jetzt stimmen wir alle. Ja. Ich mach die Challenge beim Game-Hot, weil sonst verbrenne ich, wenn ich unten angekommen bin. Nein. Verbrennt's doch nicht. Ich komm nicht bei mir, der Feuer immer nachlegt. Ja, Handy... Fick nicht. So, und jetzt brennen wir mal Tiere hier drin. Ihr werdet jetzt brennen. Alter, Hundebombe, die dann direkt in die Feuer geht. Direkt ins Feuer geht. Hm? Mach jetzt grad die Hunde... Und brenn's! Und tschüss. Wo ist denn ein Knall, Spasti? Die sind weg. Achso. So, das ist ein Arschersprung hier. Ja, ich weiß. Der ist extrem. Ich will ihn auch leider nicht machen. Du musst ihn schräg machen, so circa. Guck mal, sie brennen. Sie brennen alle nieder. Sie brennen alle nieder. Ist das Tierküterrei? Nein. Warte, ich will mir anhören, wie die Pferde da unten verkacken. Da fährt. Hä? Wo ist denn hier die nächste Leiter? Hier ist da einer. Hä? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Da ist die Leiter. Hä? Die sieht man nicht. Warte mal. Wieso steht? Alter, das Sterbegeräusch von denen ist so hart. Wo ist die nächste? Ah, das Fährt brennt nicht, wenn da ein Feuer steht? Ja, meint ihr, du stirbst, wenn du im Feuer stehst? Ach, natürlich nicht. Eeeeee. Mein Gott. Ich will das durch bei dir. Das ist so geil. Eeeeee. Alter, komm. Wo bist du denn? Erzähl aber jetzt nicht als abkacken, oder? Wo bist du? Ja, ich bin jetzt hier, weil ich war hier, da, bin dann drauf, also ich bin hier drauf gewesen und dann zurückgegangen, weil ich noch S gedrückt hab, weil ich dachte, ich muss noch bei der Leiter zurück, dann bin ich so runtergefallen. Aber ich war drauf. Ja, komm, okay. Muss ja eher noch die hier machen, warum geh ich eigentlich aus dem Game-Mode? Die hab ich auch schon geschafft. Aber sagen wir jetzt so, von hier ist ein Assisprung. Aber der ist noch locker machbar. Sonst sind die eigentlich recht easy. Du musst hier anfangen. Warte. Dann musst du hier hoch. Muss schön weit von hinten. Sehr weit von hinten, sonst packst du den nicht. Doch, den packt man auch ohne weit von hinten. Dann gehst du da, dann musst du hier hoch. Dann sagst du, dann musst du hier drauf. Ja, deine Mutter! Der ist nicht allzu schwer, wenn du einmal weißt, wie du springen musst. So, dann gehst du da vorne. Und dann kommst du hier in die Nase geschafft. Hey! Mr. Noobie 3000 hat er doch mal geschafft. Ja, und ich hab jetzt auch keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Die Challenge ist halt hier vorbei, ja, ne? Die Challenge ist vorbei. Jetzt bei 20. Ich hab jetzt keinen Bock mehr noch. So, dann gehen wir schon mal zur Challenge 20. für die nächsten Dinge. Und dann gehen wir schon mal zur Challenge 20. Heute ist echt nicht mal Malkröpf-Tag. Wer kann man für auf die dumme Idee heute mal kürzen? 1,20, du. Nein, nicht doch nicht. Da ist 23, ne? Alter, muss in die 20. Gucken wir mal hier. Ja, 30, bla, hier gibt's nur 20. Hier gibt's recht noch mit 20. Hallo? Hey, Mr. Mr. Green. Nein, nein. Gucken wir mal hier, hier bohrt sich erstmal die Welt auf. Challenge 50? Nein, da sind wir noch nicht. Challenge 40. Brauchen wir noch ein bisschen. Wir sind, glaube ich, etwas zu weit schon. 8. Nee, Stage 2. Ich guck mal, grad mal. Äh, Challenge 44, lol. Wo ist das denn hier? Challenge 20, hier geht's lang. Challenge 20. Difficult Hardish Stages 3. Alles klar. Also du wolltest ja nicht mehr. Nee, ich hab jetzt, Alter, heute ist nicht mein Tag, ey. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder bei Minecraft Adventure Map. Tschüss. 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 Vielen Dank.